Das sind die wahren Patrioten. Ihr seid nichts als Kanonenfutter. Und nun lasst uns diese baufällige Kirche verkaufen. Ich hoffe, sie stürzt nicht ein, bevor wir fertig sind. 200 Livre. 300 Livre. Wer seid ihr? Bürger d'Ossanville. Und ich bot 300 Livre. Nein, vier. Ihr könnt euch nicht selbst überbieten. Dieser Mann stört doch nur die Auktion. Ich bot 200 Livre. Ich bot 7. Und meine sind nicht gefälscht. Ich muss euch bitten zu gehen, Bürger. Und ihr verkauft eurem Freund zum Schein dieses Gebäude? Das ist eine unerhörte Anschuldigung. Nimm das zurück. Zwingt mich. Männer, schafft den Mann hier raus. Das war mir. Das war's. Oh, wo ist Jacques, Le Charretier? 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 Oh, wo ist Jacques, Le Charretier?